Untertitelung des ZDF, 2020 Es bietet halt einfach für Familien nochmal eine Ausgleichsmöglichkeit als irgendwie Tiergarten oder wir waren halt häufig in den Wald und unsere Tochter hat sich total gefreut jetzt wieder zu sein und ja wir gucken einfach mal wie voll es auch hier wird, ob man wirklich die Abstandsregeln alle einhalten kann. Hier, da liegt er. Hier, wo die beiden Ärzte sind genau dazwischen. Die haben ihn sehr vermisst und sind heute sehr glücklich, wieder hier sein zu dürfen. Wir sind tatsächlich zwei-, dreimal die Woche im Zoo gewesen und finden es jetzt super, dass das wieder auf ist und dass das für uns möglich ist. Ich glaube, es ist kein Problem hier den Abstand zu halten, weil es einfach wahnsinnig weitläufig ist.